Mit einem Jazz-Frühschoppen hat die Ortsgruppe Betzingen des Schwäbischen Alpvereins jetzt ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Auf der Bühne im Museumsgarten stand die Neckartown Jazz Band. Mit dabei war, wie auch am Abend zuvor, Thomas Keck, Vorsitzender der Ortsgruppe und Bezirksbürgermeister. Das jetzige Festwochenende war aber nur ein Teil des Jubiläumsprogramms. Um der Vielfältigkeit ihrer Gruppe gerecht zu werden, haben die Mitglieder über das ganze Jahr mehrere Aktionen geplant.